Ja, hallo ihr Lieben bei filmundfun.de. Hier ist Ole Lehmann, Stand-up-Comedian aus Berlin und mir ist noch etwas aufgefallen. Guckt ihr auch alle The Walking Dead? Ist doch eine geile Serie, oder? Wer das nicht kennen sollte hier, The Walking Dead, großartige Zombieserie. Ich kannte es am Anfang auch nicht. Ich dachte immer The Walking Dead, das wäre eine Dokumentation über ein Altenheim aus Wanderer Eickel. Aber dann merkte ich, es ist eine Zombieserie und ich finde die auch sehr spannend und so. Nur manchmal, ich weiß nicht, geht euch das auch so, manchmal ist es so, die Zombies, das sind ja die Bösen, findet ihr nicht auch, dass die manchmal ein bisschen sehr langsam sind? Ich finde die oft gar keine Bedrohung. Es gab so Situationen, wo dann einfach so zwei Leute vor so drei Zombies standen und dann so panisch, oh mein Gott, die Zombies kamen, was sollen wir machen? Und ich dachte, geh einfach, aber lass dir Zeit. Rauch noch eine, trink einen Kaffee, leg dich hin, mach ein Nickerchen. Aber nein, dann rennt die immer panisch weg und einer bricht sich dann immer, der fällt immer auf die Fresse und bricht sich einen Knöchel und das Zombies denkt sich, geil, diesmal kriege ich ihn wirklich. Naja, war jetzt nur so ein Gedanke. Ich wollte euch jetzt nicht die Spannung nehmen. Ich finde es trotzdem eine tolle Serie. Wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ich habe Premiere mit meinem Soloprogramm am 2.10. im Quatsch Comedy Club und das Soloprogramm trägt den Titel Homo Fröhlich. Alle Infos gibt es auf der Internetseite olelehmann.de oder auf Facebook. Bis bald.